Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, neben Herzbruch im Nürnberger Land. Heute beim Newsletter 101 wollen Sie ganz herzlich zu den Untergrumbacher Werkstattagen einladen. Die sind vom 23. bis zum 25. Mai und beginnen am Freitag mit der Musik, die Sie im Hintergrund hören, The Rose and Crown. Aber es ist nicht nur ein musikalisches Erlebnis, es wird auch ein kulinarisches, das Ganze wird gecatert von Rose Gardens. Am Samstag und Sonntag an beiden Tagen ist Tag der offenen Tür, an dem wir nicht nur zeigen, wie man Masivwurzmöbel herstellt, sondern auch, wie man den Wert erhält, wie man sie pflegt, wie man Fehler ausbügelt und warum wir sie zurücknehmen würden. In der Ausstellung zeigen wir das Sous-Vide-Garn, das Garn im Vakuum und was man mit einem Vakuumierer alles anstellen kann. Und Ute Danzer erklärt den Unterschied zwischen Boxspringbetten und Woodspringbetten und was es ansonsten noch zum gesunden Schlaf zu erklären gibt. Am Samstagabend steigt die große MM-Party, das ist die Möbelmacher-Party, die Sie vielleicht als M-Party von Michelsberg schon kennen. Und da ist zwischen Standard und Disco alles da, was unsere Gäste gerne tanzen wollen. Am Sonntag ist das Werkstattgespräch, in diesem Fall vielleicht sogar das Werkstattstreitgespräch, denn der Bund Naturschutz, die Bayerischen Staatsforsten und die Forstbetriebsgemeinschaft unterhalten sich über den Unterschied zwischen Waldnützen und Waldschützen. Das wird sicher sehr spannend. Das ist um 17 Uhr und um 15 Uhr ist eine geführte Wanderung zu dem Thema, die macht der Forstingenieur Sigi Huber. Außerdem stellen wir in diesem Newsletter die erste barrierefreie Küche aus Massivholz vor. Die Arbeitsplatten fahren rauf und runter. Die Firma Iori hat bis 30. Juni eine Aktion, bei der jeder sechste Stuhl kostenlos ist. Die mobile Säge war wieder bei uns zu Gast. Das heißt, wir haben jetzt wieder 100 Kubikmeter Holz für Sie hergerichtet. Außerdem stellen wir die Ergebnisse der Umfrage des letzten Newsletters, Jubiläums-Newsletters 100 vor. Und wir sagen natürlich, wer die Preise gewonnen hat. Wir würden uns riesig freuen, wenn Sie uns besuchen zu den Werkstatttagen, aber auch davor oder danach. Sie sind jederzeit herzlich eingeladen, nach Untergrumbach zu kommen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.